Hallo, jetzt wieder mit Spawn XY, einfach mit C, jetzt geht's weiter mit Zygnatiger Beiluzero, Teil 99 Teil 99 Staffel 3 Das kann man nicht drauf, ich hab jetzt mal im Internet geguckt Hätt's jetzt Schnauz voll gehabt Es ist doch da, wo da Riesenquallen sind Also es war gar nicht mehr so schlecht gewesen Also wieder ran Und das sind die krümpfsten Bäume sind das Was sind im Internet so, also mal so, müssen wir gucken Da müssen wir nochmal ran Müssen zu den Riesenquallen Riesenquallen Jetzt was mal finden wieder Hier, wir müssen da lang Jetzt haben wir richtig So, reparieren wir kurz das Moped. Ganz, ganz, ganz. Okay, also nochmal hin zu Riesenquallen. Ne. Knapp alle Inseln vorbei und dann müssen die Riesenquallen ungefähr hier unten sein. Die Riesenquallen. Die Riesenquallen. Die Riesenquallen. Die Riesenquallen. Das ist aber noch nicht so weit. Das ist aber noch ganz schön ein Stück entfernt. Na komm. Das ist ja so. Musik 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 so ähnlich wie die hier sehen die aus angeblich aufpassen ja war das letzte kategorien kann man aber zurück ich will zurück nach westerland nein das hat mich nicht aus voll und bam tot ok gehst du weg von mir wir haben unser ganzes zeug getruner verloren komm doch mal her und dann zeig ich doch mal wo der affe die haare hat oder die locken hältst du oder ich will mein zeig wieder haben ein kleiner scheißer ja hier leid Da war Rien das ist ein grafikköner dass er wegen haben uns hier verstecken jener scheiß besser nicht mal töten könnte da hätte ich schon dreimal getötet aber ich bin ja nicht so nachfragen doch wenn ich ich bin nach dem abwarten abwarten Hahahaha. Slap ist bereits dran. Okay. Ach, das ist die irgendeine Plätze hier. Also, diese sind hier zunächst ganz unten. Oh. Die da. Sind das die hier? Ja. So, ich wehs jetzt nimmer. Jetzt wird's warm. Ne, das sind sie ja auch nicht. Das sind sie auch nicht. Aber angeblich soll's die ja hier irgendwo geben. Baumspitzen oder so. Mann. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich muss noch mal essen. So. Das ist der falsche halt. Wenn ich ihn jetzt nicht mal finde, werde ich mal so rum gucken. Ansonsten werde ich erst mal aufhören. Wie komme ich gerade nicht weiter? Da ist der Lutscher. Man, dann bleibt man bei den Pflanzen irgendwo, wo man eigentlich durchschwimmen kann. Das ist so bescheiden. Raumspitzen. Okay. Okay. So, wir gucken noch mal rein in die Flora. So. Ne, das Baum. Einheimische Lebenform. Korallen. Tischkorallen. Okay. Pflanzen. Land. Brauchen wir hier mehr. Baumbuckel. Eiswurzel. Wir haben sowas gar nicht gemacht. Pelzspitze? Schenkpilz. 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 Was? Vielleicht sind das die? Es ist nur wieder anders. Feuerschoten. Wabenpflanzen. Für was kann man die benutzen? Oh ne. So. Wir bleiben. Raus. 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 erst mal im moment wir haben zwar nicht viel verloren aber immerhin ein bisschen was du kleiner du bist ja auch kleiner scheiße die hier kann man ihn nehmen sind es wieder anders aus auch nicht die das sind die selbe wie die ja auch nicht das sind sie auch nicht das sind sie auch nicht mann da geht er mal weg ich würde gerne oben finde die blöden baumspitzen und wie die da heißen weil ich hab nämlich naja keine ahnung ich glaube ich werde wieder zurück machen kann ja noch dahin gucken wo die quallen die kleinen quallen sind vielleicht bringt das was aber wo die große qualle ist oh hier ist ja noch eine große qualle jetzt sind ja zwei nebeneinander stimmt und da ist ja warum auch schon unten ich fahre jetzt wieder zurück ich denke mal das nächste mal gehen wir noch mal aufs eis suchen wir noch mal die höhle und dann lassen wir das oder wir können jetzt noch mal wo die kleinen quallen wie gesagt sind hingucken und die sind ja nicht weit weg von uns und die wundern ich mache einen kleinen umweg ich will den lutscher dann hier haben wieder denn das rote ding da und seit ein wenig ich habe ihn ansayım ich habe ihn auf mir ist das auch ich habe ihn auf ich habe ihn auf ich habe ihn auf ich habe ihn auf Da haben wir schon mal einen von den Quallen. Hier sind ja auch schon Quallen. Aber hier sind keine Pflanzen. Die kommen ja von hier. Und da? Ne, kommen sie noch mal. Ja, also kurz mal reparieren. Dann werden wir den Quallen noch mal hinterher schwimmen. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ja. Hier, 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 hier. Das ist nicht so gut. Mal gucken. Da war noch der Dunneleinkang mit den vielen Quallen gewesen. Wolltest der hier? Ja. 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 Und sonst möchte ich dann noch mal richtig im Internet recherchieren. So, hier ist ein... Ach, hier ist der Eingang. Da waren wir zu weit gewesen. Das schwimmen wir hier unten noch mal rein. Oder ist es der Eingang? Vielleicht bin ich das mit den kleineren Quallen. Aber ich glaube auch nicht. Ja. Gut, so klein sind die Quallen auch nicht mehr. Uh. So, hier ist der Eingang der Eishöhle rein. Ja. Hier sowieso nicht mehr. Oh, es ist so groß. Hallo. Wo ist denn das hin? Ja. Wo ist denn das hin? Ja. 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 Das sieht schon gut aus. Sieht schon cool aus. Da kann man nichts sagen. Dann ist das schön gemacht. Ok. Dann haben wir einen größeren Platz durch. Na gut, da sind wir jetzt halt schon hier. ein Eisbio. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber wir wollten ja eher, ja, das ist... Und sonst müssen wir erst mal Pause machen. Na, guck mal, was wir hier haben. Danke. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Oh, guck mal, hier sind wir. Na ja. Ein kurzer Teil ist das jetzt. Wir machen hier erst mal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Müllzi auf Irrwegen. Dann haben wir was zum Essen. Ich sag erst mal Tschüssi. Und Bye Bye, euer Müllzi. Tschüssi. Okay, gibt's gar nicht mehr. Na dann, Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.